Das ist ein strenges Ball-Aufstiegsspiel, ne? Ja, Aufstiegsspiel zu Platin. Ja, ich mach den Tunnel. Oder auch nicht. Jemand muss auf jeden Fall dann gleich oben bleiben. Ich mach das. Hey, guck mal, Jet. Da war ein Rönchen in München. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. Ich geh in den Garage rein. Ich hab ein Drohne-Ace gemacht. Der hat gerade eine Drohne gekillt. Das verdient Respekt. Ja, ne? Ein Krönchen fürs Malönchen. So. nie. nene. 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 Spider-Man!!! Spider-Man!! hören nene. nene ist nicht möglich. Peter. Es ist Spider-Man. Oh, der Dropper ist nicht zu. Was? Wie? Da haben wir wieder das erste geschlafen. Er ist schon 1 HP. Leck mich am Arsch. Wo? Also wirklich 1 HP. In der Garage. Äh, gar nicht. Machen. Okay. Gut. Mal auf jetzt. Ich weiß, dass sie droppen gerade. Uh. Ja. Oder da reinlaufen. Ich konnte erst mal eine Goumine liegen. Ja, hab ich. Dann ist sie direkt tot. Und resettet. Ja, glaub ich auch. Wahrscheinlich, ja. Garage chillt immer noch was. Bletch und Ash. Ja. Wir haben auch Ibana. Ja, Ibana macht gerade irgendwas auf. Wahrscheinlich. Eine Küche, oder? Küche Hatch. Ja. Ist jemand oben? Ja. Okay, nice. Nice. Deploying Sensor. Oh wow. Oh wow. Ah. Ja. Entweder kam das jetzt durch den Tunnel oder vom Dropper. Ne. Tunnelst du. 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 Und die. Hol. Church. Der ist bei mir, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ne, Church. Church. Der ist hier. Sledger. Ah, schön. Nice. Nice. Nice one. Klub. 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 Schöne Runde, Leute. Ja. Das war ganz, ganz toll. Vor allem, der hat sich voll auf mich konzentriert, weil ich da durchgeballert hab. Ha. Fumpf. Ha. 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 Okay. Ich bin Ibana. Ich bin Ash. Na gut. Na, spiel ich nicht. Sermite oder Thatcher? Ich bin Thatcher. Ich nehm Thatcher. Ich nehm Thatcher. Okay. Dann hab ich freie Wahl. Er wollte mit mir kommen. Also, äh, Sachen zum Aufmachen. Ich laufe mit Thatcher mit. Na gut. Ich laufe mit euch mit. Äh, Ibana. Äh. 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 Er nimmt den Bug. Ich nehm den Bug. Ich nehm den Bug. Damit kann man nämlich auch direkt aufmachen. Als Sledger hab ich keine Visiere draus. Lol. Okay. Okay. Ich nehm den Bug. Ich nehm den Bug. Ich nehm den Bug. Ich nehm den Bug. Oh, die sind entweder Garage oder... Wunderbar. Ja, ganz unten sind sie nicht. Ja. Oder doch. Moment mal, die machen hier zu. Ja. Die sind unten. Ja. Oh, Leute. Was soll denn? Oh, die ist gut. Oh, die ist echt gut. Halt den mit den Claymore. Das braucht die gerade. Die haben entweder... Achso. Das sah aus wie ein Dock. Okay, Mira-Fetzer hier. Ja, Mira. Aber die haben auch nen Mörderhold reingehauen. Also Hotel Schnull. Okay, klar. Oh, und Schnapp-Mira oder was das ist? Ja, ja. Tunnel ist noch nicht der gegen den Frost, ne? Das ist gut. Ja, dann machen wir den auf, oder? Ja. Wer macht Tunnel auf? Wer macht Tunnel auf? Ich mach Tunnel auf. Warte mal. Null-Aim ist ein Bug. Ich brauchte gar keine Bahnen dafür. Ich bin nur nicht wie die Frost wurde. Hier auch zum Dropper. Wo gehen wir hin, Fetzer? Wo willst du hin? Ich würde jetzt halt hier hingehen, weißt du? Also so runter da. Ja. Wir können aber auch über Küche, ne? Hat jemand nen Claymore? Nein. Oh, Achtung! Negativ. Oh. Wurde gespottet? Boah, Alter. Sorry. Alles gut. Ich hab mich erschrockt. Er kockt. Der Schmock. Nee, bitte. Puls kommt hoch zu euch. Ja. Wartet. Ich drohne. Dann kann ich euch sagen. Ne, ist Jon. Ist da da noch? Die Sonne ist down. Ja, nice. Der war hier. Gut, 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 gut. Ich push vor. Der Raum ist clear, ne? Nur nebenbei. Ja, dann los. Hier unten ist kein Puls. Ja, wir gehen grad woanders hin, Ari. Wir gehen zum Dropper. Ich mach hier auf. Oh, hier. Hier unten wärs aber ganz gut, weil... Ist es nicht... Verpustet, was? Achtung. Da liegt einer. Vorsicht. Ich hab die aufgeschossen. Ich flash die rein. Ich flash die rein. Ich flash die rein. Alter, tschül mal. Sorry. Ich hab nix gesehen. Da rechts ist... In dem Raum, ja. ELA, ELA im Nebenraum. Kann nichts sehen. Links, links, links. Links, links, links. Fuck links, fuck links. Ja. Aber da rechts ist auch noch einer. ELA down. Nice. Ähm, der rennt ganz hinten rum. Du. Oh, hält mich am Arsch. Mhm. Wo? Oh, hast grad gesehen? Ja, Alter. Vorsicht. Scheiße. Du bist alleine. Fuck. Da kommt gleich der Puls. Und rechts hinten ist Dings. Hinter dir. Wunderschön. Rechts noch Contested. Cool. Na, ist raus. Sieht raus. Sieht raus. Hallway, ja. Die kommt auch von da. Ja, ja. Schieß da durch. Kurz gezittert ey. Das ist scheiße für dich. Mal schon geht's pickled. Glück, ey. Das ist gonna mal. Ah. Dieses Lack ist unbeschreiblich. Wunder, Mann, das vier, spiel. Heute nicht. Das hast du gedacht. Das hast du gedacht. Sind das deine Gedanken, die du gedacht hast? Sind das die Gedankengänge, die du gedacht hast? Nein, das sind die Gedanken, die du gedacht hast. Wo gehen wir hin? Ruhe, 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 Ruhe. Garage, oder? Was nenn ich Garage? Bettroom. Ja, was denn du? Bettroom. Ja, gut, dann nehme ich jetzt Tachanka. Okay, Jäger. Sind das die Gedanken, die wir gedacht haben und die wir denken, die wir gedacht haben? Halt am Auge, halt am Auge. Ja, Penis. Man merkt, das funktioniert nicht. Ich bin zu unkonstruiert dafür, sorry. So, ich gehe, Leute, ich gehe gegenüber hin und stelle mein Tachanka-Gewerde auf und versuche, dir leider wegzupusten. Oh, ich stelle dein Gewehr auf. Ah. Oh Gott. Oder soll ich nur sagen, oh Gott. So, eine Drohne habe ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich letzte Runde gestorben bin. Habt die Schockdrohne? Ruhe dort. Eine. Katze? Ja. Hast du hier noch eine Wall? Ich habe keine mehr. Oh, schade. Nee, ist drunter, gut. Wir haben noch eine Wall. Nee, doch nicht mehr. Ups. Probier mal kurz eine Sache aus hier. Ich weiß nicht, ob ich das klappt. Bleibt in einem Raum, weil jemand anderes im Raum ist. Ey, da deckst du mich weiterhin. Ich probier's einfach aus. Scheiße, hier ist keiner gespawnt. Schade. Da hinten vielleicht? Ich höre Steps. Ja, dann hier. Wir schießen auch schon Richtung Wagenzimmer. Nein. Wo ist der? Er hat geschossen. Er hat draußen Sledge, bei dem zweiten Fenster von rechts, wenn man in den Haupteingang einguckt. In dem Raum. Oh Gott, ich meine richtig Action. Nur, du kannst die holen auf dem Balkon und da oben, ja. Wenn's, wo ich hin will. Na gucken. Gut, boy. Fick sie durch. Das ist keiner vor, schade. Ich weiß nicht. Oh, jetzt. Ja, ich weiß. Überm Fenster. Äh, hier oben. Hier oben auf dem Dach, ist einer. Ja, ich... Hast aber auch einen runtergesprungen, ne? Ja, ja. Der Dropper, gebe Marke, äh, Nord-West-Nord-Ost-Nord-Ost-Nord-Ostraum. Feiner. Nochaka, nein, scheiße, noch einer. Oben auf dem Dach, über euch, über euch, über Mochaka, auf Ash. Ich kriege das. Ich mach das. Hier und her. Pass auf, sie wird das... Die wird damit rechnen. Das fällt schon. Von hier oben? Immer noch auf dem Dach. Ja. Geh nicht ins Mg. Hm. Fuse oder was? Hinter dir. Uhuhu. Bei null Aim im Westen ist die Wand auf. Lol. Nein. Ist egal, der hat seinen Meter schossen. War doch ein Win. Jetzt Ruhe wieder. Einer, zwei, Katze. Nice. Das war, äh... Letzter ist im Osten da, bei euch, in dem anderen Raum da. Nein. Wo ist die hin? Auf dem Dach? Oder unten? Nee, da vorne hier. Ja, schön. Nice. Nice one. Nice. Nice. Das mit Lochaka war witzig. Ja. Praise the Lord. Praise the Lord. Das war echt gut. You wanna join the guard? You wanna join the guard? Oh Gott. Aber spiele ich jetzt. Nein. Ähm, doch. Ähm, nein. Okay, tut mir leid. Lass mich jetzt in Ruhe. Okay, sonst rufe ich mein Anwalt an. Ihr weg. Los. Äh, ich fuhre noch wo wir gegen. Ying-Shing. Ying-Shing. Bist du wieder nicht an deinem Rechner, ne? Nicht. Es ist wieder irgendwo anders und wird sagen, Wireless Headset. Nööööö. Weil sich die Raumacoustik bei ihm verändert hat. Ja, Mann, ich bin im Kosmos und bewege mich immer weiter fort. What the fuck? Ihr hättet grad mal ein Gesichtsausdruck sehen sollen. Richtig random. So, what the fuck? Halvera kam von oben. Ich glaub, die sind ganz oben. Okay. Und da war Polen. Uiuiui. Nööööö. Ja, aber die haben nach unten zugemacht. Ja, aber Calvera kam von ganz oben runter. Die sind ganz oben safe. Ja, die sind ganz oben safe. Ich setze mal an unsere Hübschen Mäuse. Das ist eine Hübschen Mäuse. Achso, äh, da. Also oben. Ja. Wow, unten ist auch einer. Calvera. Spawn, äh, Spawn Peaks. Es ist so dreckig, ne? Im Ranked Spawn Peaks. Gerade in der Elo. Haben die Bände? Kein Plan. Hm, gute Idee für das hier. Plup. Irgendwie ne drin. Ne. Ah, lol. Mach hier auf, Achtung. Leute. Mach das. Ich bin tot. Fuck. Warum sagt mir dann keiner, was ihr da schon aufgemacht habt? Oh, mein Gott. Nein. Ähm, nee, Raum. Direkt hinter der, direkt hinter der, äh, ja, der, Bar, der Zimmerwand. Aber, Ausland, Wartezimmer. Oh, nein. Cool, es ist da. Oh, Gott sei Dank, das hat mir der Alltag gerettet. Der ist der Letzte bei mir. Wunderbar. Ja. Rein, rein, rein. Paul, du leckst. Lois? Ab ihn. Ne, du hast ihn. Katze, was war das? Ach, du warst das. Ich war vorne beim Badezimmer, aber ich war hinten beim... Du kamst nicht ins Fensterwein, ne? Das Fenster war ja offen. Nice one. Das hab ich letztens mit dem Dropper gehabt. Ich bin endlos durch den Dropper immer wieder durchgefallen. Ja, ja. Und dann kam einer von den anderen, die... Ich hab, ja, ja. Also bei denen war das noch zu durchgeschossen und dann konnte ich auch, äh... Weiß nicht, was das war. So, aber... Oh, Leute. Platin. Zweite, dritte Mal offens. Jawoll. Denk, wer hat mich jetzt für ein paar Runden verabschieden? Platin. Jawoll. Jawoll. Nice. Der Familie ist, kann ja mitspielen. La, 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 la. Ja, cool. Richtig geil. Endlich Platin. Nice, nice. Schön, tschön. Wow, gar nicht gecheckt, dass du... Glückwunsch. Danke, danke. Glückwunsch. Schön. Glückwunsch.